Hallo, sind Sie gerade von den Viechern weggerannt? Nee, ich bin hier drinnen. Ich habe hier Stadtherrenarbeit gemacht. Okay, da draußen sind Viecher und die zünden alles an. Wie? Ja, gleich, ich berichte gleich, was wir essen und töten. Und? Äh, äh. Haushilfe. Ihr Haus fackelt ab, da kann ich auch nichts dagegen tun. Gott, Hilfe! Nein! Das ist unretbar. Wo sind, wo denn? Ich habe ihn umgebracht. Ähm. War das nur einer? Das waren drei. Und, wir haben ja auch nichts dagegen tun. Ähm, folgendermaßen, äh... Apropos, scheiße, das Haus, kommen Sie mal schnell mit! Oh Gott! Ähm, Ihre Rüstung. Sie haben Ihre Rüstung fallen gelassen. Nee, ich habe die noch... Oh, shit! Mein Haus! Ich glaube, es ist... Ich glaube, es braucht nur einen Architekten. Ehhhhhhhhhhhhh Also hier Ihre Rückschung Ehhhhhhhhh ne die ist von meinen Armor Stands Okay Gut Ehm Ich muss erstmal ganz kurz Schuhe wechseln Ich würd sagen Ihre Armor Stands sind verbrannt Hey Ja gut wegen dem gehts weiter Dann lass ich mir neue machen Aber mein Haus Was ist da passiert Mein Heik Das sind die Einzelnen von diesen Kiechern Ihr sind eben etwas explodiert da oben Wie nicht die Einzigen von denen Drüben am Tagebau haben sie Portale geöffnet sind da durch Und jetzt haben sie alles lila gemacht Davon wollte ich ihnen gerade erzählen Wovor ihr mir das reingeht Wie am Tagebau Drüben an meinem Zittagebau Es sind komische Leute die ins Portal gekommen Und haben Da ist Portal erschienen Und dann haben sie da So ne merkwürdigen Portale Die öfters mal hier in der Umgebung Ja Und davon große Und da oben auf meinem Auf meinem Hausraum sitzt so ein fetter Typ Und die haben da komische Experimente gemacht Und jetzt ist da alles nieder Und weißt es sich aus Ehhhhhhhhh Dann mal bitte einmal alle Alle versammeln Und Dann müssen wir uns das angucken Übrigens diese Schwerter bringen nur ziemlich wenig gegen die Was zum Ja Ich würd sagen Erstmal bitte Alle versammeln Die Gerade in der Stadt Wach sind So Und jetzt Dürfen sie nochmal Ok Also folgendermaßen Hier sind gerade Magier Aufgetaucht Schwarz Magier Die haben das Haus angezündet Ehm Dann haben die Diese drei haben wir umbringen können Aber vorne am Tagebau Am Magietagebau Ah ja ok Haben sie Portale geöffnet Große Portale Und sind da durch Und haben die Umgebung verseucht Ok Der Baum Ja Die Sind böse Wollen einen umbringen Ehm Diese Solche Waffen Richten wenig gegen die aus Und solche? Ja Ich weiß es nicht Hab ich noch nie ausprobiert Ich hab keine Muni mehr Ehm Dann Ist noch eine Sache Nämlich Diese Experimente die sie heute da gemacht haben Haben sogenanntes Flux erzeugt Und das Flux hat die Umgebung vergiftet Das breitet sich mal weiter aus Die Stadt wird an sich allein von diesem weißen Baum beschützt Ok Dass sich das nicht weiter ausbreiten kann Ja Das sind die Infos Gibt's irgendwelche Schwächen von dem? Oder so Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Einfach zu bilden Den zu so'n Kampf zu gehen Ist nicht gerade schlau In meinem Buch In meinem Buch steht nichts drüber Oder Ich meine Herr Tobias Man versteht sie kaum Ja Die Seite in meinem Buch ist darüber leer Das heißt wahrscheinlich Das hat noch niemand So eine Begegnung gemacht Ehm Der Tobias fehlt noch Mal gucken Gehen wir Braucht jemand Hat jemand einen Bogen Und braucht noch Pfeile? Ich hab nicht mal einen Bogen Ich könnt auch noch einen Pfeile Was für einen Bogen haben sie denn? Ich hab einen normalen Bogen Ok Dann kriegst du hier Pfeile Tobias hier Ich hab keinen bekommen Ne doch hab sie Alles gut Na warte mal Ich hab hier noch mehr Mh 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 mal versuchen ich habe nur noch einen schuss falls ihn schwarz magische bücher fallen gelassen werden die verbrennen wir am ende des tages denn schwarz magie soll nicht existieren ja gut sind wir jetzt alle soweit ja ich glaube da die hose gemacht er ist ganz schnell zu sich nach hause gerannt haben sie überhaupt einen helm ja habe ich okay dann setzen sie den mal lieber auf das haben sie aufgesammelt das hätte mir das mir zu geworfen wird jetzt aufgesammelt ja dann herr benn sie gehen vor was haben wir denn da und ich habe nur er hat sich bei mir ist er noch Oh 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 Was ist das? Oh 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 Jetzt fängt der Spaß an Äh Scheiße Ah Ah, gar keinen Sinn. Jetzt hat er den ganzen Ball ab. What the hell? Scheiße. Scheiße. Ah, flogs. Kacke, die regenerieren sich. Okay, äh... Ja, ich... Ich ja da. Äh, ja... Ja... Herr, Gott im Himmel, was zum Penker? Penker. Hui. Au. Äh... Wir müssen auf... Wir müssen aufpassen, dass die Bäume hier... ...irgendlich anfangen zu brennen. Ja? Wir regenerieren viel zu schnell. Ja, ist egal. Ich will auch heilen. Ja, ich hab... Schreck. Oh mein Gott. Nicht sehr ernst. Nicht sehr ernst. Nicht sehr ernst. Was ist denn diese Scheiße jetzt? Noooo. Wir können ja gar nichts machen, wenn wir sterben sind. Schreck. Wer so hat sterben? Ja. Ja. Ja? Äh, wenn... Wenn wir Waffen von denen bekommen... Irgendwer hat meine Rüstung aufgesammelt... ...wenn wir sie eigenen Waffen von Ihnen ums gegen Sie. Das ist von mir im Krispiert. Äh, ja... Äh... Das... Wir müssen erst mal versuchen, das jetzt, äh, in Ordnung zu bringen. Das ist ja... Mm-hmm. Ja, die sind das nur ein. Nicht ins Schussfeld rennen, Herr Ben. Wir müssen auch aufpassen, dass der Baum nicht anfängt zu brennen. Oh, der brennt schon. Er brennt schon. Fuck, wegschau. Oh, gar nichts. Feuer. Otsch, 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 otsch. Da ist ein Floß, rennen Sie rein. Ja, ich hab zur Not noch so eine Dinger zum Werfen. Fuck, wenn man da rein, regt ich tot. Boah, nee. Oh Gott. Was ist das? Diese vielen Risse. Ja, was ist hier passiert? Das ist ja... Ja, wie gesagt, die Portale haben sich geöffnet und dann sind die Risse gekommen. Durch die Viecher. Pass auf, dass sie nicht in meine Schussrichtung rennen. Ach, sie schießen mich an. Ich kriege... Oh Mann, ich hab... Ich wurde von den Viechern vergiftet. Irgendwo ist einer, der mich mit Feuer abschießt. Ja, äh, ich such den gerade. Der ist auf dem Baum. Das ist der Boss von dem. Vermut mal. Der sieht mich doch gar nicht. Wir müssen das Ding da am Boden... Das vergiftet uns die ganze Zeit. Gott, Herr Bett. Hui. Hui. Das Ding ist da am Boden, das vergiftet uns. Ja. Und die Tretakel. Oh Gott, 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 Gott. Kommen Sie mal kurz beide her. Hm? Kommen Sie mit her, ja... Ding. Okay. Hui. Hm. Wir machen... Wir brauchen einen Plan. Wir können... Oh fuck. Gucken Sie hinter sich. Ach du Scheiße. Wchen. Ich würde sagen, wir nehmen... Du gehst weg. Ich sage zu links, ja. Oh... Ach du... Ach du... Wir haben ein riesiges Problem. Skelett. Oh, das geht ja noch. Es tut mir leid, dass es so leckt. Hier ist zu viel Scheiße. Hier fliegen die Viecher rum, die sie mit Blitzen abschießen. Wo? Ich weiß es nicht, aber ich wurde ganz weit getroffen. Ich werde mal nicht getroffen. Und hier bin ich sterbe gleich nicht nach dem Scheiße. Darf ich mit dem... Vielleicht kann man... Wenn man diese Kristalle auf die Portale einbinden... Ne, das dürfte nicht klappen. Wir müssen auch irgendeine Lösung finden, die Gerüste zu schließen. Sonst passiert das hier immer wieder. Ja, es ist... Das ist leichter gesagt als getan. Ich hab... Oh fuck, was ist das denn? Das ist doch sowas wie der Herr... Dings oder macht... Mit seinem komischen Schuhrecken. Nur in lila. Und größer. Und größer. Ähm... Ich hab in... Ich habe Blumen... Die müssen uns aufweichen ein bisschen. Die sind auch resistent gegenüber... ...der Abkappelung. Oh Gott. Die sind... Die sind von... Die kleinen... Die sind von dem Baum. Wie sollen wir das denn schaffen, ey? Wie sind die so... Ich weiß, wie soll man gehen. Hier ist noch eins. Ich bin wieder da, meine Freunde. Das vergiftet uns die ganze Zeit. Ähm... Okay. Jetzt dürfen wir auch reinkommen, ohne vergiftet zu werden. Ja. Da hinten, äh... Äh, wo kommt das her? Was denn? Das hier, das ist gerade aus dem Boden gekommen. Ja, die Risse sind da. Die Risse erzeugen das. Und wenn die Risse platzen, dann passiert das. Und da ist gerade Rissen platz. Aber die Risse hier sind jetzt weg. Oh, äh... Wo? Ach, du Scheiße. Wir brauchen einen Baum. Haben Sie noch einen von diesen weißen Bäumen? Ich habe noch vier Stück. Dann pflanzt es mal hier auf diesen Block ein. Oder, nee, am besten hier auf das Plateau. Vielleicht drängt es dann mehr zurück. Unten in meinen Kisten. Wenn wir später unten rankommen, da ist noch ein... Ein... Ein Flänzling dafür. Okay, das drängt es schon etwas zurück. tym auch nicht wieder. Das drängt mit mir weiter. Und dann macht die Karton ein. Bis zum nächsten Mal.